Ich lese aus Johannes Kapitel 9 Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Robby, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, dann niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Streichen und strich den Brei auf die Augen des Blindens und sprach zu ihm, Geh hin, wasche dich im Teich Siloach, das heißt übersetzt, der Gesandte. Dann ging er hin und wurscht sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun, und die ihn zuvor als blinden gesehen hatten, sprach, Ist das nicht er, welcher da saß und bettete? Etliche sagten, er ist es. Andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin es. Da sprachen sie zu ihm, Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, Ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und verstrich meine Augen und sprach zu mir, Geh hin zum Teich Siloach und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wurscht, wurde ich sehend. Dann sprachen sie zu ihm, Wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Da führten sie ihm, Der ein Splend gewesen war, Zu einem Pharisäer. Es war aber sabbat, Als Jesus den Teich machte Und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, Wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, Ein Brei hatte auf meine Augen gelegt Und ich muss mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von dem Pharisäer, Dieser Mensch ist nicht von Gott, Weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Sie sprachen wiederum zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, Weil er dir die Augen geöffnet hat? Er besprach, Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Jungen nicht von ihm, Dass er blind gewesen und sehend geworden war, Bis sie die Eltern des Sehendgewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, Ist das euer Sohn, Von dem ihr sagt, Dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworten ihnen und sprachen, Wir wissen, Dass dieser unser Sohn ist Und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sehend, Das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, Wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, Frag ihn selbst. Er soll selbst für sich heilen. Das sagten seine Eltern, Deshalb, weil sie die Juden fürchteten, Denn die Juden waren schon übereingekommen, Dass wenn einer ihn als den Kostes anerkennen würde, Dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, Er ist alt genug, Frag ihn selbst. Darüchten sie zum zweiten Mal den Menschen, Der blind gewesen war, Und sprachen zu ihm, Gebt Gott die Ehre. Wir wissen, Dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach, Ob er ein Sünder ist, Weiß ich nicht. Eines weiß ich, Dass ich blind war und hier sehend bin. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, Ich habe es schon euch gesagt, Und ihr habt nicht darauf gehört, Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jüngers werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, Du bist ein Junge, Wir aber sind Moses' Jünger. Wir wissen, Dass Gott zu Mose geheilet hat. Von diesen aber wissen wir nicht, Woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, Das ist doch verwunderlich, Dass ihr nicht wisst, Woher er ist, Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, Dass Gott nicht auf Sünder hört, Sondern, Wenn jemand Gottesfürchtiger ist, Und sein Willen tut, Den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, Dass jemand einen Blinkgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, So konnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Du bist ganz in Sünden geboren, Und willst uns wehren, Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, Dass sie ihn ausgestoßen hatten, Und als sie ihn fand, Sprach er zu ihm, Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, Wer ist es, Herr, Damit ich an ihn glaube. Jesus aber sprach zu ihm, Du hast ihn gesehen, Und der mit dir reinet, Der ist es. Er aber sprach, Ich glaube, Herr, Und fiel anbeten vor ihm nieder. Und Jesus sprach, Ich bin zum Gerücht, In diese Welt gekommen, Damit die, Welche nicht sehen, Sehend werden, Und die, Welche sehen, Blind werden. Und dies hörten etliche der Pariseer, Die bei ihm waren, Und sprachen zu ihm, Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, Wenn ihr blind wärt, So hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, Wir sind sehend. Deshalb bleibt eure Sünde.